So, ein Journal-Eintrag. Wir sind gerade in Yai Tse. Wir haben bei Trio Sobe ein Zimmer. Wir sind da eingecheckt. Die Frau war tatsächlich etwas verwirrt. Die hatte irgendwie nicht so wirklich den Überblick. Ist egal, ich will gar nicht zu lange darüber reden. Das Zimmer war am Ende gut und jetzt sind wir hier in dieser belebten Innenstadt. Die ist auch ganz cool. Die ganzen Sehenswürdigkeiten hier, die haben wir uns ein bisschen geknickt, weil sogar der Reiseführer sagt, muss nicht unbedingt. Und heute fahren wir weiter nach Sarajevo. Es sind noch drei Stunden ungefähr. Noch was? Wasserfall. Wasserfall. Hier ist ein schöner Wasserfall. Genau, den haben wir gestern auch angeguckt. Ich war gerade oben noch beim Fortress, aber nur davor. Ich bin nicht reingegangen. Habe ich mir auch angeguckt. Blick über die Stadt, auch ganz schön. Ja, hier ist alles ganz schön. Jetzt haben wir gerade ganz schön befrühstückt. Gleich fahren wir ganz schön weiter. Ja. Ja. Ja.